Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feine Podcast Episode 463. Weißt du was? Ich muss jetzt doch nicht mehr reinlabern, weil ich habe jetzt ja meinen eigenen feinen Podcast. Ja. Ja. Aber ich bin auch da. Ich bin Jörn Schaas und ihr seid es nicht. Vielleicht. Wer außer der Herzdame heute auch da ist, sind die Hühner. Die hören wir jetzt nicht, weil Hühner tatsächlich viel weniger Geräusch machen, als ich dachte. Die gackern ja nur, wenn sie empört sind. Ne. Auch glaube ich manchmal, wenn ich reinkomme, freuen die sich. Weil ich Futter dabei habe. Vielleicht freuen sie sich einfach auch nicht, wenn ich reinkomme. Ja, das kann ja sein. Wie kam es denn dazu? Ich dachte echt, dass du mit einem anderen Thema anfängst, weil ich gerade noch mein Brot esse. Ach so. Ja, ich kann ja auch erst erzählen, also wir haben... Ich habe dich eben extra gefragt, ob du noch mehr Themen hast. Ja, okay. Dann hast du gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, dann los. Ja, okay. Ich komme mir gerade erst von der Kirche wieder und muss erst mal mein Brot essen. Gut. Dann kommen wir gleich zu den Hühnern und ich erzähle erst, was diese Woche sonst noch so los war. Super. Ich war nämlich am Montag beim Golftraining. Also ich mag es ja, Golf unter fachkundiger Anleitung zu üben. Und da haben sich relativ zügig dann auch wieder Ergebnisse eingeschlichen oder eingestellt. Was ich aber gemerkt habe, ist so die Connection zu dem Husumer Trainer. Die war irgendwie besser. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass Michael jemand ist, der sehr euphorisch positive Bestärkung ist. In Husum. Das musst du sagen und weiß man ja das nicht. Das stimmt. Dass der sehr euphorisch ist mit positiver Bestärkung. Also ein guter Schlag und da ist gleich Party. Und das ist das, was du brauchst? Ja. Wusste ich nicht. Wusste ich mir auch merken. Wusste ich auch nicht. Ein guter Schlag. Super, super. Wusste ich vorher auch nicht. Da hast du den Abwasch gemacht. Hast du wieder Saugfried losgeschickt. Yeah. Normale Reaktion eigentlich. Du hast einen Löwenzahn rausgerissen, wo du dich in den Strandkorb gesetzt hast. Ja, man kann so ein Witz ja auch totreißen. Wüsste ich nicht. Also der Coach hier ist nicht so. Da habe ich nach mehreren schlechten Versuchen dann wirklich einen sehr guten Ball geschlagen mit der neuen Technik, die er mir gezeigt hat. Und ich habe mich echt gefreut. Und er so, ja, nah dran. Das ist so gemein. Also das ist noch, ich sage mal, ausbaufähig. Aber war okay und hat auch, glaube ich, was gebracht. Das werde ich ja heute Nachmittag dann sehen, wenn ich auf dem Golfplatz dann bin und das ausprobiere, was ich da gelernt habe. Vielleicht hört er ja auch deinen Podcast. Grüße. Und dann wird er nächstes Mal voll durchdrehen bei allem. Im Idealfall, ja. Dann hatte ich ja kürzlich davon erzählt, dass ich aus Versehen Amazon Prime geschossen habe. Und was für eine Scheiße das mit denen ist, wenn man diese Videos anguckt. Schlechtere Verbindung zum Chromecast, Werbeunterbrechungen. Und jetzt, als wir mal irgendwas geguckt haben, weiß ich gar nicht, was das war. Wir gucken ja gerne Original mit Untertiteln. Und diese Untertitel waren dann auch durchaus mal 30 Sekunden vorher im Bild, also bevor der Satz überhaupt gesagt wurde. Und passten dann natürlich zu überhaupt nichts. Entsprechend habe ich dann zum Ende des Probezeitraums gekündigt und aber noch schön die Vorteile von Prime Day mitgenommen. Denn ich brauchte, ja, ich brauche ja eigentlich schon länger neue Noise-Canceling-Kopfhörer. Weil die alten, ich habe es mehrfach erzählt, einfach ständig auseinanderfallen. Das schlägt auch ein bisschen auf die Laune. Und vor allem im Zusammenhang mit so einer unfreiwilligen Equipment-Jonglage, die ich jetzt kürzlich hatte. Ich hatte die Kopfhörer in der Tasche. Und dann muss man mit einer Hand den Kopfhörer und beide Ohrpolster festhalten. Das hat aber nicht so gut geklappt. Eins ist runtergefallen. Ich wollte das elegant mit der anderen Hand auffangen. Habe es aber nicht erwischt, sondern weggeschlagen in einen Kellerschacht rein. 2,50 Meter tief. Und weg waren sie. Und das war dann der finale Sargnagel. Und ich habe also dann neue bestellt. Die kamen jetzt am Samstag an. Und wegen Prime Day habe ich 50 Euro gegenüber dem Originalpreis gespart. Was mich enorm gefreut hat. Ansonsten haben wir jetzt was Neues im Smart Home. Über das ich mich auch sehr freue, weil es auf Anhieb funktioniert hat vor allem. Nämlich an der Waschmaschine ist jetzt ein Erschütterungssensor. Und das ist, du schüttelst den Kopf. Warum schüttelst du den Kopf? Nee, ich kann nur nicht glauben, dass ich einen Mann geheiratet habe, der so toll ist, dass er sich so mit diese kleinen Dinge auch im Leben schreuen kann. Ja, das ist doch was Gutes. Unfassbar toll. Ja. Die Waschmaschine hängt an einer schaltbaren Steckdose von Fritz. Die muss man immer per Hand einschalten, wenn man die Waschmaschine benutzen möchte. Das heißt, man muss einen langen Arm machen, über die Waschmaschine rüber, auf den Knopf drücken. Und das müssen wir jetzt schon mal nicht mehr machen. Das heißt, wenn man die Waschmaschine eingeräumt hat und die Tür zuknallt, dann merkt das der Erschütterungssensor und schaltet dann schon mal die Waschmaschinensteckdose ein. Und wenn sie fertig ist, das ist ja auch schon eine ganze Weile, geht ja bei uns im halben Haus violett gefärbtes Licht an, um darauf hinzuweisen, dass die Waschmaschine fertig ist. und es gab halt nie einen guten Platz. Ein Huhn sitzt im Sandbad. Nein, sie sitzt nicht im Sandbad. Es ist Huhnriette und sie badet richtig. Super. Sie haben das noch nicht so gemacht bis jetzt. Ja. Ich freue mich. Seit fünf Minuten beobachte ich dieses Huhn und reiß mich zusammen, dich nicht zu unterbrechen. Ja, und dann machst du es doch. Nee, ich habe es hier. Ach, rührt einfach weiter. Dieses violette Licht, das ist immer ein bisschen schwierig wieder auszumachen, weil man weiß ja nie, ob die Waschmaschine dann wirklich ausgeräumt worden ist. Wenn zum Beispiel nur jemand durch den Flur geht, und das war bisher so der Auslöser, dass ich gesagt habe, wenn jemand durch den Flur geht, dann wird er wohl die Waschmaschine ausräumen, stellt sich raus in der Praxis, nö, ist gar nicht so. Und deswegen detektiert jetzt der Sensor auch dann, wenn die Waschmaschine ausgeräumt wird, und schaltet dann das Licht entsprechend erst aus, wenn das notwendig ist oder wenn das angezeigt ist sozusagen. Wenn es, ja. So viel zu den Themen, die nichts mit Hühnern zu tun haben. Perfekt. Ich habe mein Brot aufgegessen. Also als wäre es geplant gewesen. Warum haben wir Hühner, mein Schatz? Das ist der Grund, dass die meisten Dinge in unserem Leben passieren. Du wolltest das doch. Weil ich das wollte. Das ist witzig, weil es wahr ist. Und es ist auch traurig, weil es wahr ist, oder ist es nur witziger? Nee, nee, ist schon in erster Linie witzig. Ja, überleg doch mal, warum haben wir einen Wohnwagen? Weil du das so wolltest. Warum wohnen wir im Pastorat? Weil du das so wolltest. Warum haben wir einen Hund? Weil du das so wolltest. Warum haben wir geheiratet? Ich habe bisher immer gedacht, wir wollten das beide, aber in der Kette der Aufzählung. Achso, ich dachte, weil wir uns lieben. Ja, richtig. Das war's. Genau. Das hatte ich vergessen. Was? Hast du das vergessen? Auf der Suche nach dem Grund. Das Coole daran, dass Henriette jetzt gerade ein Sandbad genommen hat, dass die anderen das jetzt auch cool finden. Hühner sind Herdentiere. Ich wollte schon ganz lange Hühner haben. Und für mich, also seit mehreren Jahren schon. Und die schmeißt so richtig den Sand gerade hoch, ne? Und für mich kommen ja immer nur Tierschutztiere infrage. Und deswegen haben wir gerettete Hühner von Rettet das Huhn. Und wir haben ja aber schon besprochen, dass wir ein bisschen Crossover-mäßig dieses Thema behandeln in unseren Podcasts. Und dass wir im Crossover-Podcast dann, also ich und wenn du willst, auch du, ein bisschen mehr auf diesen Tierschutz- und Tiergesundheitsaspekt eingehen. Die Kurzfassung davon ist, dass wir gerettete Hühner haben, die vorher in der Bodenhaltung waren. Und ja, jetzt sind sie bei uns. Hier ist einmal Jörn aus der Zukunft. Wir reden davon, dass die Hühner aus einer Bodenhaltung kommen, also aus einem Stall. Und dass sie sowas wie Gras oder Wind eigentlich nicht kannten. Unmittelbar nach der Aufzeichnung dieser Episode wurde aber der Bericht zur Rettung auch unserer Hühner von Rettet das Huhn veröffentlicht. Und da steht drin, dass sie aus einer Freilandhaltung kommen. Das heißt also, alles was wir jetzt sagen, wie überrascht wir sind darüber, dass die Tiere Gras kennen, sofort angefangen haben zu picken und zu scharren. Das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig überraschend. Nur war uns das bis kurz nach der Aufnahme nicht klar. Und ja, wir wollten das schon ganz lange oder ich wollte das schon ganz lange. Und das hat aber irgendwie nie geklappt und aus verschiedenen Gründen. Und jetzt konnten wir es endlich umsetzen. Wir haben genau jetzt das Glück, dass auch wenn wir im Urlaub sind, Menschen in unserem Haus wohnen, die auch gesagt haben, sie haben auch Lust, sich um die Hühner zu kümmern. Und dadurch konnten wir sie dann jetzt schon holen. Das war nicht ganz einfach vom Timing her, denn man muss natürlich vorher einen Stall und lauter so Kram haben, bevor man die Hühner überhaupt dann ausgehändigt bekommt von der Tierschutzorganisation. Was braucht man alles, wenn man Hühner haben möchte, außer Hühnern? Naja, also einen Stall, wo die drin wohnen können und einen entsprechend großen Auslauf. Und dann muss man natürlich so anderen Kram noch besorgen, wie Futter, Beschäftigungsmöglichkeit, wie wir gelernt haben, Medizin. Man muss Versteckmöglichkeiten schaffen. Man muss auch die Tiere beim Kreis Veterinäramt anmelden und beim Tierseuchenfonds. Das haben wir alles schon gemacht. Also du in erster Linie hast das alles gemacht? Genau. Also um es kurz zu machen, wir haben Ende Juni den Stall bestellt, direkt mit einer automatischen Tür, die… Wie funktioniert das? Erzähl mal. Wir wollen ja ein bisschen mehr über Equipment und Organisatorisches reden. Genau. Also das war natürlich auch so ein bisschen ein Argument, muss man ehrlich sagen, als wir jetzt vorher drüber geredet haben, soll das jetzt losgehen mit den Hühnern oder nicht? Ich glaube, der Gedanke, dass du da so ein bisschen automatischen Technik-Schnickschnack machen kannst, hat dich nicht abgeschreckt, sondern vielleicht eher das Hühnerprojekt für dich auch interessant gemacht. Ja, nee, aber ich sage ja nicht zu so einem Projekt ja, weil das eine automatische Tür hat, wo ich in der App auf den Knopf drücken kann, damit das Licht angeht im Stall. Aber du findest es schon nicht schlecht, dass du in der App hast, wo du auf den Knopf drücken kannst, das Licht geht an und die Tür geht auf und zu. Das ist korrekt, ja. Aber in der Praxis bringt das ja auch eher Diskussionen, als dass es welche vereinfacht. Also wann geht die Tür tatsächlich zu von ganz alleine? Wann geht sie auf? Weil sich noch nicht alles so perfekt eingespielt hat. Das gehört ja dazu. Wir haben entsprechend diesen Stall bestellt mit einer smarten Tür und einem Stalllicht, weil ich gehört habe, dass Hühner im Prinzip Motten sind. Wenn es draußen dunkel wird und es im Stall hell ist, dann gehen sie da eher rein, stellt sich raus, geht auch so. Die haben das relativ schnell geschnallt. Und dann noch von einer Fachfirma haben wir einen Weidezaun bestellt, um hier einen Auslauf abstecken zu können im Garten. Futter, Futtertonnen, Eimer, Einstreu, eine Tränke, einen Trog, alles was man so braucht. Das Alleinwaren, schon 67 Kilo. Und das kam alles per DPD. Ich dachte, hast du eben gesagt, dass das Alleinwaren schon ist. Jetzt kommt die Preisaufstellung darüber. Von mir kann ich jetzt reden, oder? Ja, naja, also so eine Erstaufstattung kostet natürlich immer ein bisschen mehr. Die laufenden Kosten sind, glaube ich, relativ klein. Ja, das glaube ich auch. Aber wir haben natürlich dann halt bei einem Fachhandel bestellt, der eben sonst landwirtschaftliche Betriebe beliefert. Und dann kriegst du halt das Futter nur im 25 Kilo Sack. Und das ist schon die kleinste Menge. Die verkaufen das sonst palettenweise. Also so Kleinkram wie ein Eimer oder sowas, der kostet da irgendwie 1,50. Aber diese Futtertrüge und eben alles, was wir da jetzt insgesamt bestellt haben, das waren nochmal irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro oder so. Also das war dann wiederum einigermaßen überschaubar, wenn man es auf die Lebensdauer rechnet. Das Erste, wo ja die Entscheidung feststand, war der Stall. Und wenn man sich jetzt nochmal damit auseinandersetzt, wie war es für einen Hühnerstall, was man da nehmen sollte und so. Da kann man auch, also Rabbit Hole ist auch da, glaube ich, das richtige Stichwort. Komplett. Und wir hatten uns halt entschieden für einen Stall, der kein richtiger Stahl in dem Sinne ist, sondern so ein Kunststoff-Cube. Der heißt E-Clo-Cube von der Firma Omelette. Auch ein geilster Name eigentlich. Ja, der ist durchaus nicht unumstritten. Also viele Leute finden den auch ganz, ganz furchtbar. Wir haben uns aus mehreren Gründen dazu entschieden, aber der Hauptgrund war tatsächlich, dass der sehr pflegeleicht ist. Und, oh Gott. Oh, das Leben ist zu schön gerade hier, Leute. Wir sitzen im Schatten unterm Apfelbaum. Neben uns wälzt sich der Hund im Gras. Da hinten, neben dem Thun riertet das Sandbad auseinander. Und wir sehen immer nur so einen Flügel hochkommen und Sand hochfliegen. Oh Gott. Ja, und haben wir das verdient, dass es so schön ist? Eindeutig. Wenn nicht wir, wer dann? Das stimmt. Herr Alexi. Ja. Genau. Aber der ist halt, also das Ding ist, ich habe halt total Angst vor Milben. Also ich habe Angst davor, dass wir Milben haben. Und wenn man Holzstall hat und dann hat man diese Milben dann, oh nee, ich weiß, dass ich da nicht mit klarkomme. Ich würde da durchdrehen. Und der Cube, der ist, wir haben ja nur drei Hühner. Und für die reicht der auch von der Größe her. Der ist halt aufgeteilt in Sitzbereich und in Legenestbereich. Der Sitzbereich ist so eine Art Gitter, was quasi die Stangen imitiert. Also was wie Sitzstangen fungiert für die Hühner. Und der ist halt ja komplett aus Kunststoff. Man kann ihn auseinandernehmen und im Endeffekt abkärchern zum Saubermachen. Oder einfach unter laufendem Wasser mit einer Bürste sauber machen. Und das funktioniert auch super gut. Das ist einfach. Ich verbringe gerne viel Zeit mit den Tieren. Aber hier ist eine großartige Steilpflege. Ich glaube, dafür wäre ich auf Dauer unglücklich. Und von daher war das die pragmatische Lösung. Und da rettet das Huhn auch. Ja, auf der Homepage auch selber schreiben, dass die selber zwar finden, der ist ein bisschen teuer vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Aber dass die Hühner den in der Regel gut annehmen, das ist ja das Entscheidende. Dann haben wir uns für den schönen Omelette Eclo Cube entschieden, den manche bezeichnen als Hühner-UFO. Er sieht ja auch ein bisschen so aus. Also wir haben mehrere Aufbaufotos in den Shownotes. Ja, Aufbau war für das kleine Ding ein bisschen zeitlich umfangreicher, als man sich das so vorstellen würde vielleicht. Ja, genau komme ich gleich zu. Ich wollte noch einmal sagen, es kam erstmal alles per DPD. Deren Sendungsverfolgung war komplett für den Fuß. Da stand also drei Tage lang, Sendungsdaten wurden übermittelt. Also sprich der Code für Paketmarke ausgedruckt. Und es kam dann tagelang gar kein Fortschritt, bis irgendwann der genervte Paketbote klingelte und sagte, sieben Pakete. Ernsthaft? War so ungefähr der Ton. Woher weißt du das? Du hast es mir erzählt. Das ist gerade stille Post hier. Naja, also ungefähr so war es dann. Das hat alles zwei Tage gedauert, bis das bei uns war. Es waren acht Pakete, fällt mir gerade auf. Ja, und der Aufbau hat tatsächlich relativ lange gedauert. Das liegt auch daran, dass die Anleitung auf Papier vollkommen anders ist als das Aufbau-Anleitungsvideo auf YouTube. Es liegt aber auch daran, dass wir nicht so gut sind, Sachen abzubauen. Naja, naja. Doch, muss man schon ehrlich sagen. Wir sind da nicht überdurchschnittlich begabt. Das ist korrekt. Aber überall da, wo es Unstimmigkeiten gab in dem Video, hat uns die Anleitung nicht geholfen, sondern eher im Gegenteil. Und umgekehrt. Also das war knifflig. Wir haben alles in allem irgendwie sechs Stunden gebraucht, waren da zeitweise zu dritt mit zu Gange. Aber man kriegt das zu zweit eigentlich ganz gut hin, wenn man sich ein bisschen ran hält. Und wir haben in den sechs Stunden ja auch noch eine Mindestpause gemacht. Also es ist jetzt ja nicht so, dass wir durchgängig fluchend daran gearbeitet hätten. Ich war auch irgendwie zwischendurch weg. Du warst ziemlich lange weg, ja. Aber ich habe doch gearbeitet. Ja, du hast gearbeitet. Weiß ich nicht mehr. Wieso? War das ein Sonntag? War das Nachmittag? War das nicht samstags und du hattest eine Beerdigung oder eine Trauer oder eine Trauung oder irgend sowas? Oder eine Taufe? War das, als wir die Taufe im Wald hatten? Ich glaube, ja. Von Sachsdorf? Das kann sein. Naja. Genau, das Futter und das andere Zubehör kamen dann ein paar Tage später an in sieben einzelnen Paketen. Das wurde entgegen aller Vereinbarung einfach vor die Tür geschmissen, also gestapelt. Aber eins der Pakete war beschädigt. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Verpackung geschuldet. Wenn man einen Sack mit 25 Kilo Futter drin in einen Karton tut und den mit zwei Plastikstreifen absichert, dass das beim Tragen kaputt geht, ist vollkommen klar. Aber dass der Bote das dann einfach abstellt und verschwindet, ohne zu klingeln, fand ich nicht so gut. Weil dieser Papiersack, der ist zum Glück sehr reißfest und es ist nichts verloren oder daneben gegangen. War halt einfach keine gute Experience sozusagen. Und jetzt haben wir im Keller eine Futterküche eingerichtet, zwei Futtertonnen. Aber wir füttern eigentlich fast nur das eine Futter, das Legemehl, weil die Tiere ja nichts anderes gewöhnt sind. Genau, die kriegen halt Legemehl in erster Linie. Die ganze Zeit doch in der Sonne. Ich sehe zwar die Hühner, aber es ist mir viel zu heiß. Man soll erst Körnerfutter so ein bisschen dazu füttern und auch der Hauptanteil soll immer Legemehl sein. Und ich habe jetzt Körnerfutter tatsächlich immer nur so als Leckerli quasi aus der Hand gefüttert. Sie fressen mich wirklich mittlerweile aus der Hand, die süßen Hühnis. Und dann mussten wir auch noch den Garten fit machen, bevor wir die Hühner abgeholt haben. Ja, ich habe Jörn den Auftrag gegeben, alle Pflanzen, die hier in dem Auslaufbereich sind, einmal zu Bildersuche zu machen und durchzuscannen, ob da nicht doch noch irgendeine giftige Pflanze sich versteckt hat. Ja, genau. Wir haben den Zaun aufgestellt. Das ist einfach so ein Weidezaun, wo jeder Pfosten so einen Doppelhaken hat, der in den Boden gesteckt wird. Für das Ende, was an der Hauswand steht, habe ich einfach so einen Haken in die Wand gebohrt. Das funktioniert ganz gut. Und so ein bisschen Versteckmöglichkeiten haben wir noch gebaut. So eine kleine Plane an die Wand, dass sie darunter noch einen trockenen Platz haben und das Sandbad nicht vollregnen kann. Denn wir hatten ja vor kurzem mit Regen ganz gut zu tun. Und da wollte ich dann sicher sein. Genau, das war das. Und dann haben wir vor ziemlich genau einer Woche die Hühner abgeholt. Vor ziemlich, fast auf die Minute genau vor einer Woche. Ja, stimmt. Wir sind sonntags nach deinem Gottesdienst losgefahren. Und wann, jetzt ungefähr 13 Uhr, hatten wir sie in der Box. Genau, die Hühner kommen aus der Bodenhaltung in Niedersachsen und werden dann so aufgeteilt auf verschiedene Abgabeorte. Ich weiß gerade gar nicht die Anzahl von denen, wie viel die sie insgesamt an dem Tag gerettet haben. Werde ich denn für meine Podcast-Episode dann nochmal alles raussuchen. Die Tierschutz-Facts. Aber unser Übergabeort war jedenfalls in der Nähe von Trappenkamp. Da sind wir hin. Haben vorher noch Transportboxen gekauft im Tierladen. Also wir haben zwei gekauft, wir hätten eine gebraucht. Aber ist ja auch gut, wenn man mehrere hat. Und dann war das auch eine relativ, also die haben sich Zeit gelassen. Das fand ich ganz gut, dass es halt nicht so stressig war, sondern ganz in Ruhe die einzelnen Tiere aus deren Transportboxen rausgeholt. Genau, die checken halt jedes einzelne Huhn wirklich nochmal durch. Zumindest auf die Sachen, die man so auf den ersten Blick und abtasten und so erkennen kann. Und sagen dann eben auch, guck mal, hier müssen wir drauf achten. Was weiß ich, Huhn Riette hatte, glaube ich, eine Wunde hinten am, oder so kleinere Wunden am Bürzel. Sagt sie, dann braucht ihr hier so ein Wundspray. Und dann, das fand ich eigentlich ganz gut, dass sie uns da noch schon mal gleich ein paar Tipps mitgegeben haben. Und natürlich auch die Hühner. Dass sie uns die mitgegeben haben? Wie heißen die dann eigentlich? Ja, wir haben jetzt Huhn Riette schon mehrfach erwähnt. Das ist ein Huhn. Dann haben wir Hennefer und Klaus. Warum Klaus? Weil es witzig ist. Das ist so passiert, ne? Das sind zwei super Hühner-Wortspiele. Und wenn man das dann so erzählt im Gespräch, sagst du, wir haben jetzt Hühner und eins heißt Hennefer, eins heißt Huhn Riette. Dann kichern die Leute schon und freuen sich schon auf den dritten Namen. Und dann kommt Klaus. Und so funktioniert der Humor. Du brichst mit der Erwartung der Menschen und das ist der Knaller. Ehe funktioniert so übrigens nicht, hat sich jemand gefragt. Der Ehe funktioniert mit positiver Bestärkung nach guten Schlägen. Das haben wir eben gemacht. Das war sehr schlau, wie du das gesagt hast. Toll. Wie du das auch immer so erklären kannst. Ja, richtig. Achso, was ich vergessen habe. Ich wollte über den Garten noch sprechen. Efeu Geschi Hulk Smash war hier zugange. Efeu ist giftig für Hühner. Thema Pflanzen haben wir ja gerade schon angesprochen. Jörn musste hier alles durchscannen. Und es gibt da irgendwie eine Menge Pflanzen, die eh giftig sind und für Hühner nochmal besonders giftig. Wir haben hier also an der Ecke unten am Haus, also die Hühner sind so hinterm Haus und das Haus hat eine Ecke. Von der Wetter. Das hast du sehr gut erklärt. Ganz, ganz toll. Nee, ich meinte ja aber auch dieses. Wie beschreibt man das denn? Mein Haus, das hat vier Ecken. Nee, das ist ja der Punkt, es hat mehr als vier Ecken. Deutlich mehr als vier Ecken. Und dann geht es, dann biegt das Haus nochmal nicht vorbei. Wie beschreibt man das denn? Das Haus ist ungefähr T-förmig. Also das Hühnergehege hat quasi zu zwei Seiten jetzt eine Hauswand, also eine Außenmauer unseres Hauses. Das ist, ich weiß nicht, das da halt, guck doch mal hin. Ganz toll erklärt, wir machen ein Foto davon. Wie ist denn das? Wie beschreibt man das denn? Nee, es ist ungefähr T-förmig. Ist echt gut. Wir haben oben ein Querbalken. Ich sollte nie was mit Sprache machen. Und dann geht in der Mitte, ragt was raus. Auf jeden Fall ist das erstmal ganz gut, weil dadurch den ganzen Tag Schatten hier ist und aber auch meistens ein bisschen Sonne. Also die können sich immer aussuchen, ob sie gerade im Schatten oder in der Sonne sind. Das ist auch total wichtig, weil Hühner chillen gerne mal in der Sonne. Aber wichtiger ist eher, dass sie Schatten haben. Also die können grundsätzlich besser mit Kälte als mit Hitze umgehen. Ja, aber an der vorderen Ecke hier war halt oder ist eine Menge Efeu. Der ist natürlich schön vom Boden bis unter das Dach ragt. Und Efeu, giftig, nicht gut für die Hühnis. Muss ja abgerissen werden. Und mein Gott, hat sie abgerissen. Hat alles abgerissen und abgehackt und abgeschnitten. Eine riesige Wurzel hat sie aus meinem Boden rausgezogen. Halteste Idee, ja, ja. Wir hätten mehr Fotos machen sollen. Die war wirklich groß und wurzelig. Ja. Und setzt sich auch noch weiter fort unter dem. Efeu ist echt ein Biest, ne? Ja. Die Spatzen waren sehr empört, die da alle drin wohnten. Die ganzen Spatzen obdachlos gemacht. Ist aber immer noch ein bisschen Efeu übrig. Aber nicht da, wo halt der, ja, wo der Hühnerbereich ist. Also irgendwie gibt es dann doch so eine ganze Menge zu bedenken, ne? Mit Stahl, Futter, Zaun, Hühnersicherheit, Auslaufgestaltung. Hühner sind halt ursprünglich sozusagen Waldrandbewohner. Weswegen die mit freier Fläche nicht viel anfangen können. Und viel, ja, Unterschlupfmöglichkeiten brauchen. Am liebsten auch so Hecken und Sträucher. Und genau, Dächer, wo sie drunter gehen können. Denn, also, wenn ihr hier so einen Stall seht, der auf einer freien Wiese steht. Und man denkt sich so, oh toll, die Hühner haben ja unendlich viel Platz. Das hassen die. Und da ist einfach, die kommen aus dem Stall raus. Und da ist einfach nur Wiese und keine Versteckmöglichkeit. Das ist nix. Deswegen sind die dann auch immer nur direkt unter diesen, das sind ja oft so fahrbare Ställe. Ja, und weil das ja im Prinzip auch ein Habichtbuffet ist. Ja, genau, genau. Das ist ja der Hintergrund. Da sind die halt total schutzlos. Und das bringt denen gar nichts. Das heißt, die müssen immer irgendwelche Versteckmöglichkeiten haben. Und das sieht man hier auch sehr deutlich an deren Verhalten. Die gucken schon, die sind sehr gerne hier an der Seite, hier in diesem Gebüsch, was man bett war. Sind ganz, ganz viel unter der Plane. Wobei da halt auch das Sandbad und nochmal eine Futterstation ist. Drücken sich immer so ein bisschen auch in der Nähe vom Käfig. Und ja, also freie Fläche können die nicht gebrauchen, bringt denen nichts. Was ich total beeindruckend fand, weil ich es nicht erwartet hätte, wie schnell die erstmal den ganzen Auslaufkäfigbereich angenommen haben. Wie schnell die auch mit sowas Ungewohntem wie Gras unter den Füßen umgehen. Und auf einmal scharren und picken. Das kennen die ja alles nicht. Nee, die kennen gar nichts davon. Und das hat doch sehr schnell sehr gut funktioniert. Aber ich fand am Montag, also wir sind ja Sonntag mit denen hier angekommen. Dann hatten wir sie erstmal in ihrem kleineren Auslaufbereich behalten, der direkt am Cube dran ist. Da ist so eine Art, ja, Voliere oder so. Sehr klein, aber nochmal direkt dran. Also das heißt, am ersten Tag waren sie nur da drin. Am Montag haben wir dann die Tür von der Voliere in den Auslauf aufgemacht. Und ich hatte so ein bisschen gedacht, dass sie sofort so, yeah, jetzt können wir endlich erkunden. Also das hat schon ein paar Stunden gedauert. Naja, sie sind schon relativ zügig rausgekommen und haben sich umgeguckt. Aber ja, bis sie wirklich angefangen haben zu erkunden. Aber erstmal waren die nur so direkt davor und sind wieder zurückgegangen. Ja, ja. Das ist ein Prozess. Weil man die Freiheit nicht kennt, ne? Genau. Ja, und wir fangen jetzt an auch zu scharren. An einer Ecke haben sie schon das Moosgut weggekriegt. Viel mehr, als ich das jemals geschafft hätte. Stichwort Gartenarbeit. Doch, das ist alles ziemlich toll. Was wir am Stall, was ich vorhin vergessen habe, der Antrieb von der Stalltür und dieses Licht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das mit Strom versorgen kann. Die einfachste Variante ist da Batterieversorgung. Und da können also vier Walkman-Batterien rein. Habe ich gemacht, habe ich mich darüber gefreut, weil weniger Kabel und auf dieser Seite vom Haus ist auch keine Steckdose und so. Das fand ich eigentlich alles ganz charmant. Ja, und dann haben wir das eingebaut. Da muss natürlich erstmal das Gerät kalibrieren, wo ist Start, wo ist Stop. Zweimal auf, zweimal zugefahren. Nochmal, dann habe ich getestet, wie das mit dem Licht funktioniert und das Ding ins WLAN gebracht, damit die App funktioniert. Und da war dann die Kapazität der Batterien schon auf 44 Prozent runter. Also haben wir alles ausgemacht, brauchten wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und dann hielten die Batterien immer noch nur drei Tage. Zwei Tage, bevor die Hühner ankamen, war die Batterie leer. Und damit das eben ein bisschen zuverlässiger funktioniert, habe ich den 12-Volt-Adapter montiert, der dem Ganzen beiliegt. Aber die keine Steckdose-Problematik bleibt und das ist halt vor allen Dingen dieser Adapter, wirkt jetzt nicht so, als wäre der besonders Spritzwasser geschützt. Also führt jetzt im Augenblick ein Stromkabel aus einem Fenster in eine Eurobox, in der eine Mehrfachsteckdose ist, wo dann der Stecker drin steckt. Und das ist, naja, mitteloptimal. Da muss also eine andere Lösung her. Mitteloptimal? Es funktioniert ja einerseits, durch die Eurobox ist es wassergeschützt, auch bei vergleichsweise starkem Regen hatten wir kein Problem. Also das funktioniert, aber es ist halt nicht schön. Es ist keine gute Lösung, finde ich. Und entsprechend muss ich da noch irgendwie eine Lösung finden. Eine Option könnte was sein mit einer Powerstation oder Solar oder einer einfache Autobatterie. Das Problem ist dann halt einfach, das steht ja draußen. Und da sind die Betriebstemperaturen ja mit unter 10 Grad Minus, hört es ja dann relativ zügig auf. Also da muss ich irgendwie was finden, was das besser macht. Und vielleicht ist der erste Schritt, erstmal einen Handwerker kommen zu lassen, der hier ein, zwei Außensteckdosen macht. Denn wir brauchen perspektivisch noch eine zweite, damit uns im Winter nicht die Tränke einfriert. Und das muss ja auch gewährleistet sein. Alles ganz aufregend. Fällt uns noch was ein? Nö. Gut, dann kommen wir noch zum Programmhinweis. Diese Episode ist auch gleichzeitig der Startschuss für die Sommerpause von Jörn Schaas vor einem Podcast. Wegen Wacken, Urlaub und noch so Kram. Ach echt, das ist aber traurig. Ja, wird es also hier keine neuen Episoden geben bis 1. September, dann erscheint planmäßig die nächste. Beim High Alarm gehen wir jetzt auch in die Sommerpause. Wir hatten ein bisschen Verzögerung im Betriebsablauf. Es wird in der Sommerpause auch vorbereitete Folgen geben. Die erste kommt jetzt irgendwie in der kommenden Woche und die nächste dann planmäßig am 20. August. Das Podjournal wird regulär erscheinen, jeweils am 1. Das kriege ich noch hin. Und abgesehen davon bin ich der Meinung, dass alle, die sich nicht aktiv gegen das Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland einsetzen, von ihren politischen Ämtern zurücktreten sollten, bis sie das tun oder bis eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas vor einem Podcast. Alles Gute. Die Chronik der Stadt Damme erzählt vom Piratenschiff Potsdok, welches vor 10 Jahren in See stach, um in einem epischen Kampf die besten Zutaten für ein Podcast-Festival zu ergaunern. Na los, her mit dem Kopfhörer, sonst hau ich dir das Mikrofon über deine Rübe. Keine falsche Bewegung, du Audioarmleuchter ohne RSS-Feed. Na los Crew, Bühne entern und alles einsammeln, was nicht nid- und nagelfest ist. Und die große Pfanne nehmen wir auch mit. Und nachdem das Schiff auf allen sieben Weltmeeren unterwegs war, läuft es einen weiteren spektakulären Ort an. Den Dümmer See. Erlebe vom 13. bis 15. September drei Tage lang Podcasts auf der Bühne, spannende Workshops, leckeres Essen und knisterndes Lagerfeuer mit der podcastigsten Piratinnen-Crew, die je am Dümmer See war. 10 Jahre Podstock. Tickets und alle Infos gibt es auf podstock.de.